Herzlich Willkommen bei der Kochschule Besonderer Art. Mein Name ist Erich Bauer und wir werden heute das machen, was wir jeden Tag machen. Wenn ich etwas mache, was aufgehen soll, kriege ich es mit. Wenn ich einen Teig mache, einen Strudenteig, dann gehe ich her und nicht mehr klopfen. Ich fahre mit dem Messer davor und ausmaße. Dieser Fugo-Fisch, wo man da immer sagt, das ist Maria, Fugo-Fisch, dürfen nur 12 Leute auf der ganzen Welt bearbeiten. Der Fisch ist nicht giftig, aber man macht ihn. Das heißt, hier wird die Galle genommen und wird gezielt auf diesen Fisch hinaufgestritten wieder und vermittelt uns ein Taubheitsgefühl im Gaumenbereich. Wenn ich jetzt mit dem Messer zu tief komme, dann spüre ich es eh gleich. Das Modell habe ich jetzt durchgeschnitten. Piep, piep, piep! Guten Appetit! Piep, piep, piep! Guten Appetit! Piep! 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 Vielen Dank.